Und herzlich willkommen mit mir der Stefan bei einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Wir spielen auf der Map, Bank, Bombe, wir sind Sermite und wir sind mal wieder nicht ganz alleine. Der Draxie hat endlich mal einen Charakter. Sag mal hallo Draxie. Hallo, lol. So, wir sind alle ganz gespannt. Ich habe einen 9er Ping, aber lade natürlich. Super geil. Wir sehen uns sofort wieder. Oder ist das hoch? Nein, 9er Ping ist sehr niedrig. Und da bin ich auch wieder. Da sind wir auch wieder. Wir gehen durch die Garage. Kommst du mit? Ich habe einen 15er Ping. Hey, wake up. Ich bin nur in einem Parkplatz. Ich bekomme gerade... Hey, lol, ab. Du bist bei mir, lol. Ja, klar. Okay, wir müssen jetzt die Tür da aufspringen. Nee, komm mal mit. Ich habe eine bessere Idee. Meine Position ist gefährdet. Ja. Meine auch. Hö, wild. Okay. Wir haben uns beide von hinten geholt. Nee, nee. Bei mir war es Kapkan, aber... Achso, ich wurde von hinten geholt. Aber die Wand war... Äh... Versteher? Wie kann er da durchschießen? Ich muss das jetzt eben mal ganz kurz gucken. Jemand hups mich die ganze Zeit an. Ich lasse das wahrscheinlich sogar ancut. Moin. Hallo. Ich bin gerade mitten im Video. Hattest du? Mitten im Video. Ich werde sofort hochkommen. Mach Video aus, komm ran hier. Nein, ich werde sofort hochkommen. Bis gleich. Okay. Sehr gut. Einen draußen entdeckt. Ich folge dir mal. Einen draußen entdeckt. Wo? Bei welcher Position? Und wo sind die eigentlich? Ey, scheiße. Wir können nicht runter, ne? Doch, 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 doch. Du musst ein bisschen mehr mit Entspannung drangehen. Sind die im Keller? Ja, ja. Die sind unten. Nein, einer. Nein, wir müssen hier durch den Keller hoch. Gehen. Weil da habe ich direkt, wenn du die Tür, durch die Tür gehst. Direkt einer, der so ne, so ne, ähm, Panzerung geplaced hat. Oh, ja, ich komme davon. Hier unten ist direkt einer. Wo? Ach so, du bist schon lange da hinten, okay. Ja, meinst du auch, meinst auch, Digga. Ich bin, ich werde so arm. Ein Wagon. Sehr gut. Erster Tod. Boah, mein Aim. Das ist gerade Grütze. Also, mir... Ja, ja, ja. Ja, ja, bombe Siss, bombe Ars. Auf der top des Stairs. Ach, Ruhe. Auf den billigen Plätzen. Es gibt Leute, die konzentrieren und dann braucht man nicht irgendeinen Typen, der... ...reinlabert. Aber ich weiß nicht, wo die ganzen sind und ich will lieber dann Deckung geben. Ey, fuck, kann ich nicht meine, kann ich nicht meine, äh... ...meine Tasten kombinieren, so, meine Tasten ändern? Ja, kannst du. Wo denn? Gleich in der Einstellung. Erklär ich dir gleich. Ich bin in der Einstellung. Aber wenn ich bei Steuerung bin... Ach so, erweiterte Steuerung anpassen hier. Absolut versteckt. Fuck. Entschärfer ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Digga. Sehr schön. Jetzt kann ich rüberspringen, sehr gut. Wir werden uns jetzt erstmal unter diesem Tisch verschanzen. und warten, bis Leute reinkommen. So lange können wir auch mal Camp schauen. Äh, einer müsste vor dem Fenster sein. Ich chill hier. Soll ich zu dir kommen, oder was? Ne, äh, du kannst ruhig da erstmal bleiben. Aber pass erstmal auf. Ah, wir haben einen gekillt, nice. Sehr schön. Hm. Ich will hier bei so einer Tür. Von hinten kann mich keiner klappen, das ist ganz nice. Ja. Da kann ich auch die Shotgun nehmen. Hör was? Ich setze den Herzschlag-Sensor ein. Zwei sind da unten. Drei. Drei. Drei, das ist made. Ich setze den Sensor ein. Habe ich nicht Dach-Pos- Kann man nichts machen. Ich habe sie aber ganz stark angehettet. Ah. Schietze. Schietze, schietze, schietze. Fuck, what the fuck is wrong with my aim? Oh mein Gott, Junge. Digga, die MP. Ich höre, die MP ist so scheiße. Sie zieht nach einem Schuss direkt komplett hoch. Und der hat ne Auge, Digga. Er hat einfach ne Auge. Ah, einfach rauswerfen. Ach, der ist, der ist gerade verlassen, geil. Ich habe den Koyo oder so gerade rausgeschmissen. Und in dem Moment flog er raus. So, ich habe hier nochmal zwei Walls geplaced. Ja. Das ist wichtig. So, erstmal spionieren. Ja, mach mal, mach mal, ja. Da sind drei, what the fuck, vier. IQ, Sophia, ein Recruit und Ash. Ash. Okay. Einer muss am Fenster gammeln. Das muss der letzte sein. Doc schielt da gerade schon. Gefällt mir gerade ziemlich gut. Ey, die anderen müssen an der anderen Tür chillen. Ash gammelt da. Lass mich auf euch, dass keiner von hinten kommt. Ja. Ziel im Blick. Erdgeschoss. Ziel im Blick. Oh, hab ich mich erschrocken. Digga. Ist so kunst... Oh, sehr schön. Nein, ich habe einen als komplett low. Einer als komplett low. Nein, mein Arm. Nein, mein... Oh, mein Gott. Zwischendurch. Verzweifel ich dabei noch. Oh, mein Gott, Digga. Ey, Junge, das war so pech, dass ich ihn nicht mehr vom hab. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Einer noch. Ja, gut, ihr seid 3 gegen 1. Easy. Ey, jetzt habe ich voll die krasse Cam-Position. Freu dich. Ja, jetzt bin ich. Ach, ich habe den nicht gesehen, lol. Ey, kann mich jemand retten? Help me, help me, help me, help me. Kann mich jemand retten? Help me. Ja, aber wird mir nicht als tot angezeigt. Kom-Bog, äh, Kom-Bog, Kom-Pack-Modus. Äh. Gut, wir lassen es am besten. So. Aber der macht das schon, so. Ja, gammel mal wieder hier. Wir können hier noch eine Barrikade machen. Ja. Jetzt kann ich hier mal... Oh, seit wann habe ich 3 Kills darin? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Hm. Ich habe 0 Kills, aber dafür 2, äh, 2, äh, 2, was ist das? Sessence. Sehr gut. Nee, das ist nur ein Baum. Hä? Feind gescannt? Ah, hier. What's up? Es ist eine Position unter mir. Jo, wir haben schon 2... Es leben nur noch 2, glaube ich. Ah, nee. Wie, Digga? Wie? Digga, diese... Nee, ganz ehrlich. Ich hab die doch angehittet. Ah! Ja, unser Team ist gerade am verrecken. Das weißt du schon, oder? Ja. Ja, mal gucken, mal gucken. Ja, der nächste ist tot. Wie geht der hinten dann? Doch, und der Rekruen. Wow! Der hat... Okay. Sehr schön. Nein. Schade. Sehr schön. Der Entschärfer muss deacquilliert werden. Sehr schön. Nein. 1 gegen 1. Doch, 1 gegen 1. Und er hat die Bombe, äh, den Entschärfer im Nacken. Das ist nicht so angenehm. Schön, das hätte ich auch gemacht. Der muss da irgendwo gammeln. Die aktivieren. Äh. Hä? Lol. Er kommt, er kommt. Oh mein Gott! Hahaha. Oh. Das war krass. Hahaha. So meine Freunde, so kann man auch mal eine Runde gewinnen. Und wenn ihr von meiner Seite nichts mehr mal verpassen wollt, liken, abonnieren und kommentieren. Und du hast die letzte Worte. Und alles von dem, was Stefan gesagt hat. Ciao! Ciao! Non- itch셨ter – Und du hast die letzte Worte. MUELLER Hey! osse